Okay, 321 Ich hab schon Wie viele Tage sind die schon dran? 284 Also, davor quasi Oh, wir müssen laufen Der hat nen Rucksack Deine Krotte Okay Ich kann nur geradeaus laufen Oh, der legt ihr noch Ich kann nur nach vorne laufen Ich kann nur nach vorne laufen So, jetzt guck ich mal auf die Karte I got like 60 miles left I think Ain't shit Ah, Mr. Daisy Take his shortcuts Good Hey You getting up? Good Gut Sei leise Ich sollte mich beeilen Halt Carly Das ist Carly Das ist Carly Das ist Carly Die Leiche die hier liegt Das ist Carly Achso Hab ich nicht gesehen Ich sehe dich Mit deiner Freundin Da Shit Bro Ich will keine Probleme Bitte Was ist der Typ? Ja Nein Das war Das war nachdings Ja Ich bin da Ich bin da Was ist dein Name Was ist dein Name? Was ist dein Name? Russell Russell So you didn't steal that bag? Sein Name ist gewonnen Ja Das ist dein Name Ich habe es nicht verletzt. Okay, gut. Ich habe es nicht gefühlt. Geh in die Auto. Du wirst hier essen gehen, sonst bin ich fasziniert. Komm schon. Ich werde es nicht warten. Will ich mich zu Statesboro nehmen? Ich versuche nach meiner Mutter zu Hause. Fuck, sie mag zu Party? Komm schon rein, wir kommen da. Oder irgendwo. Endlich. Ich habe mich versteckt und dann lag da Kali tot auf dem Boden. Ach so? Ich bin eingestiegen. Hier geht's. Aber vorher habe ich mich versteckt. Toll, ich habe die gleich nicht gesehen. Wenn er sich in dem Video. Ich bin ja der Kali. Eigentlich glaube ich, das ist es für mich. Ich bin gut. Okay, gut. Willst du mir erzählen, woher du kommst? Nein. Habe ich nicht. Ey, der hat eine Narbe unterhand. Kann ich den Kopf zurück, woher du kommst? Vielleicht drücken sie dich weg. Und du gibst einen Doppel-Bag. Dann müsste er bei der Zug kommen. Also. Oder die, das Ding. Nee, die liegt schon länger da. Nein, ich meine, die, der Abschnitt, wo der Zug fahr. Nein, ich meine, die, der Abschnitt, wo der Zug fahr. Ach so, ja. Ja, wer weiß, wie lange die noch gefahren sind. Ja, gut, ja. Ja, gut, ja. Ja, gut, ja. Ja, wer weiß, wie lange die noch gefahren sind, ne? Der ist komisch, der Typ. Noch ein bisschen. Ich katt, ey. Ich bin nicht hier. Fine. Es gab sie sie. Ich hatte keine Familie dort. Sie waren alle meine Eltern, in Statesboro. Es gab ein Vater, die eine Frau von meinem Alter hatte. Ein Mann sagte, er war ein Kampfer, aber niemand glaubte ihn. Er war ein Lehrer und seine Frau. Der Mann war das Mann, Steve. Mal zurück zu der Frau. Steve war ein schlechtes Mann. Aber jeder war mit ihm, weiß ich. Er sagte, sie war das magische Nummer. Also, wir haben keine jemanden in die Gruppe. Wir haben einen Survivor. Wir haben einen Survivor. Das ist die ganze Zeit. Er... 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 Ja, ich kann nicht so leben. Also, niemand mit der Frau? Nein, sie haben nicht! Was würdest du? Strong Six? Just sag mir etwas über sie. Wie war die Rat? Gib mir etwas etwas. Nur ein Geräusch. Russ, ich mache dir eine Service hier. Sure, whatever. Sure, whatever? Come on! Alright, vielleicht jemand, der nicht so nah und lieb zu deinem Herz. Was die F***? Komm schon, auf 1 zu 10. Was denkst du? Sie hat sie geschenkt, richtig? Was denkst du? Hier, schau mal. Fuck! Wie ein 9, richtig? Vielleicht hast du höchsten. Help! Wenn du 5 sagst, werde ich schlafen. F***! Sag mir, Russ! 5! 5! 5! Oh, come on, man! Oh, come on, man! Dammit! Ich habe die 50. 10. Would you load that? Bullets in the glove, there. Was für ein perverser Typ. Ach je. Hey! Where's Diner? Vielleicht kommt der Blutfleck da im Diner. Wegen den Leuten. Dann hätten wir erst das spielen sollen. Statt die anderen. Egal. Egal. Wir machen die wie wir hier spüren. Wir kommen ein bisschen. Sehen wir malen. Können wir uns da oben befinden. Wir sind da oben. Wir sind da oben befinden. Wir sind da oben. Wir sind da oben. Ich bin da oben. Okay, get ready! Don't stop running! And keep your head down! Good hustle. What happened to I'll cover you? Look how good you did. I don't know, man. Fuck, we're screwed. You haven't been shot at in three months? Come on, kid, look at me. This is no big deal. We got this, okay? Okay. First, we're gonna figure out exactly where this asshole is. Just get a quick glance. Come down! See? Easy. Now we know where he is and we can fucking get him. Alright, yeah. That's the spirit. Let's push this truck for cover. Okay. It's in neutral. Just keep your head down. Cool, 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 cool. Shit! Just keep pushing! Shit! Push! End of the road. What now? We're gonna get around the side of the building. We gotta go from cover to cover. Huh? Seriously. We're not fucking around. Yeah, no problem. Easy as pie. Just don't get shot. When we get to that car, we'll be out of the line of fire. Here. You can cover me first. I'm not fucking around. You cover me, then I'll cover you. Or if you wanna go first, that's fine too. I'll cover you. I'll cover you. You go first. You go first. Just shoot at the window and keep that bunker's head down until I get where I'm going. Then throw me the gun, and I'll do the same. Ready? Yeah. You ready, Russ? Remember, don't stop shooting. Fire! Alright, throw me the gun, and I'll cover you! Wait, what? I can't look at the door. Go! Oh, god. What?! No, we need to think of steam. You can just throw me the gun. I can't do this. I don't want to make sure that I'm running out of here. It's sore from home. I can't do that. You can make this gun. Yes, it's a little bit late. Was hast du getroffen? Ah... Ich vermute, dass wegen dem, wegen wo die Blutschuhren in deiner sind. Babe, jedenfalls logisch. Wegen was? Den Leuten hier, vielleicht stirbt einer von denen. Deswegen sind es da bei dem anderen so Blutschuhren gewesen. Was kriegst du da? Er ist ein Typ. Ich guck mich nochmal um. Keine Subtoties mal. I think I saw a guy. No shit. No shit. Er ist 100 pro wegen dem Denti. Blutspur. Kann mich nicht bewegen. Was denn? Was denn? Hast du den Tücken gesehen, den Zombie? Der vor der Polizist vom Winz? Du kamst zurück, um uns auszulassen und alles unsere Essen zu nehmen. Ja, du hast die verdammte Marbeln verloren. Sie ist sterben und jetzt kann sie deine Gesichter sehen. Schau diesen Mann ab. Ich kann das nicht bewegen. Verstanden? Schau dir, wie viel Prognose wir gemacht haben. Du? Du hast versucht uns zu töten, für keinen verdammten Grund. Wenn man einfach nicht mehr so weit ist, dann sollte man dich wegnehmen. Bitte einfach wegschau dir aus. Bitte, lass uns weg. Bitte, lass uns alleine. Ich sag' Russ. Warte. Wir sollten uns zu töten und alles ihre Sachen abnehmen. Der guckt verrückt. Ja, schon. Äh. Äh. Ah! Ah! Äh. Im Hals! Du hast das ja gedrückt? Das letzte. Also ... Ja. Schau all das seriously! Siehst du? Kim、 cohorts und drücken? Wasіл PREFER! Dabei lass uns. Du bist mein Junge, Russell. Alles wird auf Thanks Un existence sein. Ned hatte dich überall. Die Oma war doch im Garten von den einen. Wie hört man den Lüfter? Bei dir? Ja. Gut. Ist so warm. Mein Computer ist immer so laut. Keine Ahnung warum. So. Ne, die eine ist stille vorm Wegen.